Na, wie viel Platz habe ich? Ich habe ungefähr einen Meter. So. Also, bauen. Ja, bauen. Prima. So. Ich könnte auch nicht bauen mit der Collabue Bahn von Harbar. Nichts anderes wollen wir heute den ganzen Tag. Ich freue mich schon. Es gibt nämlich neue. Die Collabue Bahn mit Verladebahnhof und allem drum und dran. So, weg damit. Ich habe schon was vorbereitet. Wo ist denn der ganze Kram hin, den ich schon achte? Eine ganze Kiste mit Collabue Bahn. Verladekran, Autos, Bahnen. Ich bin begeistert. So, setzt sich dran. Und denkt dran, die gute Collabue Qualität. Mit Kästen, mit Kisten, die ich damit nutzen kann. Hier kommt der Kahn drauf. Das habe ich schon gescheckt. Und da kann das Auto durchfahren. Und der LKW, ich meine der LKW. Entschuldigung. Falsche Formulierung. Aber den sollte ich schon zuklappen. Damit darf ich mich jetzt den ganzen Nachmittag beschäftigen, hat Etta gesagt. Ist das nicht super? Ah, Collabue Bahn mit Verladebahnhof. Von Harbar. Kaufen.